Er sagte, danach hebt man seinen Kopf, wir sind in der Niederwerfung gewesen, wir heben jetzt den Kopf, während man den Tekbir spricht. Du hebst deinen Kopf und sagst, Allahu Akbar und sitzt in Form von Al-Iftiraj. Es gibt zwei Arten, wie man im Gebet sitzt. Die erste Art nennt sich Al-Iftiraj und die zweite nennt sich At-Tawarruq. Al-Iftiraj bedeutet, man sitzt auf seinem linken Fuß und stellt seinen rechten Fuß seitlich auf. Und man sagt, Rabbirfirli. Wenn du dann im Gebet zwischen den beiden Sujud sitzt, sagst du Rabbirfirli. Und dieses Rabbirfirli sagt man mindestens einmal. Wenn du es einmal sagst, dann ist das die Pflicht und du kannst es zwei oder dreimal sagen oder mehr.